Hallo, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Wut-Tutorial-Folge. Heute geht es um die Neo-Feed Plate und diese wird in der Injection Press aus Stygian Iron Plate, Iron Ingot und einmal Liquid Enchant hergestellt. Das bedeutet, wir gehen zu unserer Injection Press, einmal die beiden Rohstoffe hineingeben und wir sehen, dass mit dem Verwalt mit Liquid Enchant bekommen wir unsere Neo-Feed Plate. Liquid Enchant erhalten wir aus dem Enchant Liquifier, auch gerne das Video entsprechend nochmal dazu angucken und die Neo-Feed Plate benötigen wir für verschiedenste Rezepte, das heißt wir brauchen auf jeden Fall für die Perks brauchen wir das definitiv, wir brauchen für die Konate Cell brauchen wir das ein Stück weit und genau dafür brauchen wir das auf jeden Fall. Soviel auf jeden Fall zu Neo-Feed Plate, vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.